Ich hab den Zeitriss nicht gesehen, weil das Eis noch da war. Verdammt! Ein Zeitriss mit nem Surfer-Zombie. Ich glaub, ich spinn. Ich mach jetzt ohne Beschleunigung. Offenbar schaff ich's mit Beschleunigung nicht. Für diese Level ist es mir offenbar zu... Ist mir offenbar zu heftig. Wenn es doppelt so schnell ist. So, passt. Wir haben uns sogar die Tannenze noch. So, da kommen schon die Nächsten. Vielleicht mach ich jetzt mal die Tannenze. Ah, die fressen da langsam auf. Hier. Nein! Er wurde gefressen. Sobald er gefressen ist, hab ich keine Chance mehr. Das heißt, ich hätte ihn reparieren müssen. Mist. Aber diese Zeitriss direkt vor den Blumen und dann noch ein Surfer-Zombie. Das ist doch fies, oder? Das ist ein heftiges Level. Sehr heftig. So, jetzt noch da oben. Vielleicht spare ich jetzt erst mal auf ein Blitzschilf. Blitzschilf. Bevor ich die hier oben setze. Jetzt brauche ich sie aber. Die Walnuss ist fast hier. Da ist sie durch! Das war ein eigener Zufall gerade. Nein, eigentlich will ich das ja nicht, sondern das hier. Nein, 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 nein. Ich hab keine Sonnen mehr. Verdammt. Ich hatte keine Sonne mehr und genau in dem Moment kommen die halt, als ich, als genau in dem Moment, als ich die Blitzschiff gesetzt habe. Okay, nachdem ich die, die drei Blitzschiffs gesetzt habe, mache ich die, ähm, platziere ich hier vorne die, die, das Stachelkraut. Oh, ich glaube, ich habe die Tammens, nein, die Tammens habe ich glaube gemisst. Mist. Heftige Elbis. So, jetzt bräuchte ich noch eine Sonne, da haben wir noch eine. Und jetzt bräuchte ich noch eine Sonne. Bitte. Danke. So, jetzt hier den Blitzschiff. Dann hier den Blitzschiff. Oh nein, jetzt, jetzt kommen die hier. Mist, das ist schon wieder so weit. So, einen, einen Blitzschiff setze ich noch. Dann kommt das Stachelkraut. So, ich glaube, hier kommt einer. Bin mir aber nicht sicher. Hier machen wir noch einen hin. Da kommt einer. Und da oben, Mist. Mist. Geschafft. Er lebt noch. Nein. Glück gehabt. Aber da ist immer noch der Zeitriff. Der Zeitriff ist weg. Das hier ist jetzt da, aber das macht mir gerade keine Probleme. Noch keine. Aber jetzt. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Ja. Ich glaube, der wäre fast weg gewesen. Wir haben es geschafft. So. Gut. Was machen wir jetzt? Oh, ich glaube, da reicht uns die Erbsenkanone. Die beiden werden auch noch verstärkt. Aber nein, ich glaube, wir bleiben bei der Erbsenkanone. Ja. Dann. Los geht's. So. Da können wir hoffentlich wieder beschleunigen. Wird ja nicht allzu schwer sein, denke ich. Auch wenn da lauter Wieseln dann sind. Aber ich hoffe, da haben wir dann genügend Erbsenkanonen. Überfall. Zeitrisse. Oh nein. Weg wird euch. Weg wird euch. Acht mit Zombies. Habe ich da oben noch gar nichts? Oder wurde das gefressen? Oh Mist, der ist vorbei. Na gut, er wird wenigstens gefressen. Der ist auch vorbei. Okay, da ist es geschafft. Das ist auch geschafft. Fertig. Hier wird es abgeschlossen. Wir kriegen... Fünf Samenpäckchen für das Kornerpult. Juhu. Und fünf Samenpäckchen für die Federbohne. Auch sehr schön. Fünf Samenpäckchen für die Goldblüte. Die müssen wir uns hier mit echt gekaufen. Haben wir nicht. Und fünf Samenpäckchen für den Sonnenpilz. Sehr schön. So. Dann... Gehen wir in den Zen-Garten. So, was kriegen wir hier alles? Wir kriegen die Uhrzeitwalnuss wieder. Eine Ringeblume. Die Kartoffelmine. Die Federbohne. Und die Laser. Das Lasergras. Äh, nein. Vergrößerungsgras. Aber das schießt Laser. So, dann... Imitator. Ist das nicht diese dunkelgraue Kartoffel? Keine Ahnung. Ah, okay. Wir kämpfen mit Kirschbomben. So, dann du. Warte mal. Ich bräuchte eigentlich Sonnen für eine neue Bombe. Oha. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Pech. So, Glück gehabt. Okay, eigentlich bringt uns das jetzt gar nichts mehr. Spezialdinge benutzen wir ab sofort nur noch für... Ähm... Für die Walnüsse. Na, komm schon. Das wird heftig. So, ich kann leider nur eine pflanzen. Und ich mache sie hierher. Der Rest kommt dann da oben hin. Die nächste. Ah, ich glaube, da wird jetzt ein Rasenmäher flie... Spezialdinge benutzen. Spezialdinge. Du kommst mal hierher. So, ich glaube, jetzt können wir wieder beschleunigen. So, die eine Welle kommt noch. Wurde leider gefressen. Sehr schön. Nein! Wurde die gefressen und dann hat er sich weiter bewegt. So ein Mist. Die nächste muss ich also hier platzieren. Aber das sind sowieso die letzten. Ich wollte eigentlich reparieren, aber gut, so geht es auch. Ist sogar effektiver. Okay, geschafft. Und ein Sprössling gab es auch noch. Schritt 2. So, Blitzschiff und Eisbergsalat haben wir jetzt. Oh, geil, Blitzschiff! Oha. Machen wir erst mal hier ein Blitzschiff hin. So, um dener mache ich mir jetzt keine Sorgen mehr. Okay. So, um dener mache ich mir jetzt mal hier ein Blitzschiff hin. Sehr geil, sehr geil! Ah, ich mag den Blitzschiff. Moment mal. Warum ist der jetzt schon so weit? Machen wir lieber mal das hier. Das sind die Letzten. Geht rauf! Geht doch. Okay, geschafft! Schritt 3. Schritt 3. Hoha! Sonnenpilze, Sonnenbohnen und... Oh, geil! Vergrößerungsgras. Oh, ich habe gerade keine Sonnen mehr. Oh, Mist. So, super! Super! Das können wir eigentlich auch beschleunigen. Uh? Oh, makes weird. Du kriegstibas. So, dann kommst du weg. Okay, Spezialdinger. Mehr Spezialdinger. Ich hab keine Sonnen mehr? Scheiße. Ich glaub, die kommen jetzt alle durch. Krieg ich vielleicht wenigstens den da noch? Nein, eine Sonne weg. Okay, Fecht gehabt. Sonnen-Miss-Management. Ich dachte, ich hätte genügend, um jetzt voll drauf losballern zu können. Und es ging einfach nicht. Okay. 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 Okay.